Musik Zu dem Zuschauen jetzt zur Späterstunde ist es noch einmal Zeit für große Verwandlungen. Der kleine Angestellte Stanley Ipkes findet im Müll eine geheimnisvolle Maske und die macht ihn unwiderstehlich, unschlagbar, einfach zu einem Superkerl. Viele Profis waren an diesem außergewöhnlichen Film beteiligt. Der Meister der Verwandlung, Jim Carrey, das Special Effects Team von Industrial Light & Magic und die schöne Cameron Diaz. Herausgekommen ist eine furiose Kette von Gags, Action und verblüffenden Effekten. Die Maske